So, da wäre ich auch wieder. Und wir waren ja gerade eben dabei, ihn hier zu vernichten. Das sieht aus wie Molag-Bahl, finde ich. So. Löse das Rätsel mit dem Spiegel zu reparieren. Ach, das ist ja wieder sowas. Meine Lieblings. Die Lieblings. Meine Lieblingsaufgabe, ey. Ich hasse dieses. Ich hasse es einfach. Ich mag das einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Ach, Mensch bin ich gut, ey. Mal reingeguckt. Was ist das denn hier für den Ping-Pong? Ach so, die sollen gegenüber werden. Oh, Mensch. Was für ein Pro-Gamers-Skill ist das, ey. Die sind richtig drin, ne? Wenn hast du mal mehr Kugeln. Was für ein Pro-Gamers-Skill ist das, ey. Was für ein Pro-Gamers-Skill ist das, ey. Was für ein Pro-Gamers-Skill ist das, ey. Ach, gleich kaputt, na super Och, Mensch, ey, das gibt's doch nicht, ey, das werden ja wirklich immer mehr Kugeln, die haben sich jetzt komplett vor rota verbarrikadiert, wie soll ich denn da hinkommen Ach, Mensch, ach, kaputt gleich, nee, doch nicht Jetzt aber Och, was denn, ich hab das doch gar nicht berührt Das ist ja schlimmer als Flappy wird Och, Mensch, ey Ich hab das doch gar nicht berührt Na super Na komm Mann Na ja, da wollte ich jetzt machen, was ich wollte Was, der hat mich berührt Na der ist voll drüber, Arsch, das hat man ja sogar, das hab sogar ich gesehen Hier haben's auf mich abgesehen, eindeutig Diese weißen Wattebauschen Jetzt aber Oh, alles kaputt gemacht Was, warum, du gerade hier da rein Oh, da war ein Peter schon wieder gerettet Nee, wir haben doch noch ein Bonus-Kapitel Aber das Bonus-Kapitel gucken wir uns beim nächsten Mal an Oder auch, ach nee, ich hab noch Zeit Ähm, Extras Bonus-Anteuer, besuche es drauf, wenn du es von den Dämonen befreit hast und rette die Dau-Kop- Die Dau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau-Bau Rheey us from the storm! Help us, release us, save us! Help us, release us, save us! Rheey us from the storm! Ach, ich hab sonst nichts zu tun oder was? Das? Oh... Das war's! Das war's! Gleich so ein scheiß Rätsel am Anfang Man merkt, dass ich absolut keine Bock auf das Rätsel, oder? Das ist ein Hebel, der steckt fest Das ist ein Hebel Ich wollte gar nicht wissen, was das hier... Das ist ein Hebel 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 Ich musste grad den Hebel mitnehmen Apfel, Dartfell und eine Glocke. Schon wieder Glocke. Die haben sie mit ihren Glocken. So, da ist ein Dartfell. Dreimal Schnecke soll auch noch sein. Das ist nur zweimal. So, wo ist denn jetzt jemand? Apfel. Hm. Glocke, Läufer. Nehmen wir den Apfel. Da ist der Läufer. Libelle und Herz. Wieder etwas, was ich nicht habe. So, das ist eine Libelle. So, Handschuh, Deckel, Blume. Da ist ein Handschuh. Und so, bist du eine Fliege? Ja. Deckel, Blume. Ja, ich sehe hier sofort alles. Bist du eine Blume? Ja. Ah, Deckel. Natürlich. Ein Hut. So, Ameise. Noch zweimal Schnecke. Noch einmal Schnecke. Und ein Deckel. Ne Quatschglocke. Du bist kein Deckel, oder? Ne. Aber du bist eine Glocke. Noch was, bei euch einen Deckel. Ach, eine Schnecke. Da ist sie, die Kleine. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier an dem Deckel hatte. Ein Enterhaken. Na, nehmen wir den da. So, aber jetzt, wie es weitergeht, gucken wir uns das nächste Mal an. Tschüss.